Musik Moin Moin Leute, Stefan hier, Weekend Warrior Shop, sieht man ja auch natürlich. Heute mit einem kleinen kurzen Video, ihr wartet, oder viele warten drauf, die Auflosung der Wildhawk. Till hat sie lackiert, in einem anderen Video, ihr solltet drunter kommentieren, auf wen ihr damit schießen wollt. Und jetzt wird eine glückliche Person dieses gute Stück gewinnen. Bleibt dran. Jo, einmal, wie läuft das Ganze ab? Schälchen mit allen Leuten, die unter dem YouTube-Video kommentiert haben. Die Ansage war, man sollte halt quasi kommentieren, wem man damit abschießt. Und da haben wir quasi dann einmal schön hier die Kettchen geschnitten. Ich habe das alles gemacht. Vom Ablauf her, ich ziehe jetzt einen Namen. Danach wird derjenige uns eine E-Mail schreiben an info at weekend-warrior.shop und einmal seinem Perso, dass er 18 ist. Dann gibt es die Wildhawk zu ihm nach Hause im Originalkarton. Also quasi originale, neue Wildhawk. Nur einfach einmal in diesem Fashion-Vegan-Warrior-Design, eine originale Till. Ja, und dann legen wir doch mal eben los. Ich verrühre das Ganze hier nochmal ein bisschen. Das ist ja so ein bisschen wie Teichkneten auch. Und ja, dann schauen wir doch mal. Wen haben wir hier? Wir haben hier Vape-Man. Vape-Man. Einmal bitte bei uns melden per Mail an info at weekend-warrior.shop. Und dann wirst du der quasi stolze neue Besitzer dieser Wildhawk. Vorausgesetzt, du bist 18 Jahre alt. Aber ich glaube, als richtiger Vape-Man ist man schon 18 Jahre alt oder älter. Ja, dann nochmal an alle vielen Dank fürs Teilnehmen. Das waren wirklich sehr viele Kommentare. Ich habe heute Morgen jeden Namen einzeln ausgeschrieben. Sorry auch nochmal für das kleine Delay. Die Auslosung oder das Ende des Gewinnspiels war an dem Wochenende, wo wir beim ESG waren. Oder ich glaube sogar schon davor. Auf alle Fälle war ich in der Zeit ums ESG fast zwei Wochen lang krank. Und lag halt auch krank im Bett. Und ja, da ist das irgendwie leider auf der Strecke geblieben. Sorry nochmal dafür. Ja, jetzt wissen aber alle Bescheid. Vape-Man hat gewonnen. Vape-Man kriegt die Wildhawk. Euch allen noch eine schöne Restwoche. Heute ist ja Bergfest. Wir sehen uns. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020